2020 erwarten dich 1124 Fragen in der theoretischen Führerscheinprüfung. Davon werden dann zufällig 20 aus dem Grundstoff und 10 klassenspezifische für dich ausgesucht. Für diese 30 Fragen hast du dann 45 Minuten Zeit. Jede Frage kann zwischen 2 und 5 Fehlerpunkten geben. Die Prüfung gilt dann als nicht bestanden, wenn du mehr als 10 Fehlerpunkte hast oder 2 Fragen mit jeweils 5 Fehlerpunkten falsch beantwortet hast. Der TÜV berechnet zur Zeit für eine Theorieprüfung 22,49 Euro, wobei jede Fahrschule für jede Vorstellung der Prüfung noch einmal zwischen 50 und 80 Euro von dir haben möchte. Um dich auf die Theorieprüfung vorzubereiten, bist du leider auf dich alleine gestellt, da das, was dir im Theorieunterricht beigebracht wird, leider nicht viel mit der theoretischen Prüfung zu tun hat. Auf diesem Kanal findest du alle Antworten zu allen Fragen, die 2020 auf dich warten können. Um keine Videos mit wichtigen Informationen zu verpassen, kannst du den Kanal jetzt hier kostenlos abonnieren. Und wenn dir dieses Video geholfen hat, würde ich mich unglaublich über ein Like von dir freuen. Du kannst die Videos auch mit deinen Freunden teilen, um ihnen bei ihren Führerscheinen zu helfen. Mein Name ist Philipp Hirschfeld und ich zeige dir alles, was du für die theoretische Prüfung wissen musst. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im letzten hatten wir ja schon das Thema mit dem Polizeiofficer, der auf der Straße steht und den Verkehr regelt. Und da musst du immer einfach an die Regel denken, siehst du Brust oder Rücken, musst du auf die Bremse drücken. Und siehst du die Hosennaht, dann hast du freie Fahrt. Also sprich zum Beispiel auf diesem Bild hier steht er ja mit der Brust zu dir. Also musst du warten. In dem Fall darf der rote Pkw vor dir fahren. Ich habe schon ein bisschen in die weiteren Fragen reingeschaut. Wir haben heute sehr viel das Thema Vorfahrt. Und jetzt müssen wir noch das Thema mit der Polizei zu Ende machen. Dann kommen nochmal Ampeln und dann gibt es die Vorfahrt. Gut. Welches Verhalten ist richtig? Also in dem Fall steht er längst zu uns. Wir sehen die Hosennaht. Also dürfen wir fahren. Kreuzung zügig überqueren. Richtig. Vor der Kreuzung auf weitere Weisungen des Polizeibeamten warten. Das wäre der Fall, wenn er nur eine Hand nach oben halten würde, also senkrecht nach oben. Aber das tut er nicht. Dementsprechend ist nur die erste Antwort richtig. Im Rückspiegel sehen Sie auf dem Dach eines unmittelbar hinter Ihnen fahrenden Streifenwagens in roter Leuchtschrift Stopp Polizei. Für wen gilt dies? Das ist nur für uns. Nur für Sie. An einem direkt vor Ihnen fahrenden Polizeifahrzeug leuchtet Bitte folgen auf. Welche Bedeutung hat dies? Also die restlichen Antworten können wir uns sparen. Das ist immer für uns. Nur Sie müssen dem Polizeifahrzeug folgen. Ja, ob er jetzt hinter dir fährt oder vor dir oder dir die Kelle rausstreckt oder so. Das gilt nur für ein Fahrzeug. Was gilt hier? Hier sehen wir wieder die Hosennaht. Also haben wir freie Fahrt. Abbiegen ist nicht zulässig. Vor dem Einfahren in die Kreuzung muss auf weitere Zeichen des Polizeibeamten gewartet werden. Die Kreuzung darf überquert werden. Die ersten beiden sind Quatsch. Ich darf fahren. Welches Verhalten ist richtig? Okay, wir wollen rechts abbiegen. Da vorne ist eine Ampel. Die interessiert uns natürlich überhaupt nicht, da wir den sogenannten Bypass hier benutzen. Und in dem Fall haben wir nur ein Vorfahrtgewehren. Dementsprechend müssen wir den Querverkehr durchfahren lassen, falls einer kommt. Aber die Ampel hat für uns keine Bedeutung. Ich darf erst abbiegen, wenn die Ampel grün zeigt. Ich darf unter Beachtung der Verkehrszeichen abbiegen. Genau. Der grüne PKW muss warten. Interessant. Schau, das sind sogar zwei Antworten richtig. Also da geht es gar nicht mal nur um uns, sondern auch um den grünen PKW. Also lest ihr immer alle Antwortmöglichkeiten aufmerksam durch. Die Ampel zeigt gelbes Blinklicht. Welches Verhalten ist richtig? Das haben wir im vorletzten Video, glaube ich, schon geklärt. Gelbes Blinklicht bedeutet ja immer Achtung. Und wenn die Ampel gelb blinkt, dann bedeutet das, dass die Ampel aus ist. Und in dem Fall Achtung, Achtung, Achtung. Du hast hier ein Vorfahrtgewehren. Die Verkehrszeichen zählen, wenn die Ampel aus ist. Und dementsprechend, wenn wir jetzt geradeaus weiterfahren möchten, müssen wir halt aufpassen, dass da keiner von rechts oder links kommt. Mit erhöhter Vorsicht heranfahren, gegebenenfalls Vorfahrt gewähren. Genau, das ist richtig. Warten bis zum Lichtzeichenwechsel. Da kannst du warten, bis du grau bist. Also manchmal wird dir die Ampel über Nacht ausgeschalten. Dann blinkt die die ganze Nacht. Da stehst du schon ein paar Stunden. Was ist bei dieser Ampel mit Grünpfeilschild erlaubt? So, Achtung, es gibt einen Grünpfeil als Lichtzeichenanlage, also als eigene Ampel. Und in dem Fall ist die Rede von einem Grünpfeilschild. Also das ist ein Blechschild. Dieses Schild ist immer da. Es kann nicht ausgehen. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Rechts abbiegen, nur wenn die Ampel grün zeigt. Rechts abbiegen, ohne anzuhalten. Rechts abbiegen, aus dem rechten Fahrstreifen, nach vorherigem Anhalten, sofern niemand behindert oder gefährdet wird. So, ziemlich langer Satz und der ist auch richtig. Also du musst bedenken, dieses Schild ist immer da. Das heißt, du darfst zwar rechts abbiegen, aber erst nachdem du an der roten Ampel angehalten hast. Wenn die Ampel grün wäre, kein Problem, kannst du ganz normal abbiegen, wie du bei der grünen Ampel normalerweise auch abbiegst. Aber in dem Fall ist die Ampel rot und du hast das Grünpfeilschild und du möchtest rechts abbiegen, dann musst du erst stehen bleiben und nach Verkehrsbeobachtung darfst du dann, und nachdem du angehalten hast, darfst du dann rechts abbiegen. Weil du musst bedenken, wenn du rot hast, dann hat der Querverkehr natürlich grün und auch die Radfahrer und Fußgänger, die vor dir über die Straße gehen, haben grün. Und dann gibt es hier noch eine weitere Besonderheit. Und zwar, wenn man von zwei Fahrstreifen aus rechts abbiegen darf, dann ist das in Kombination nur von dem rechten Fahrstreifen erlaubt. Okay, also wenn zwei Fahrstreifen nach rechts gehen und du auf dem rechten eingeordnet bist, dann darfst du dich so verhalten. Wenn du auf dem linken Rechtsabbiegerstreifen bist, dann musst du warten, bis die Ampel grün zeigt. Sie wollen bei grün nach links abbiegen. Links neben ihnen will eine Straßenbahn geradeaus weiterfahren. Was ist richtig? Ganz klar, du hast den Blinker gesetzt, du willst abbiegen, also müssen wir warten. Sie müssen warten. Die Straßenbahn muss warten. Gegenseitige Verständigung, weil keine Regel besteht. Nein, also wir wollen abbiegen, wir müssen warten. Eine Straßenbahn hat keine Sonderrechte. Wenn sie abbiegen möchte, dann muss sie auch warten, aber in dem Fall fährt sie geradeaus und wir wollen abbiegen, dementsprechend müssen wir warten. Sie haben sich versehentlich rechts eingeordnet, obwohl sie nach links abbiegen möchten. Wie dürfen sie weiterfahren? Wir dürfen nur geradeaus oder rechts fahren, da wir hier in der Mitte eine durchgezogene Linie haben und diese auf gar keinen Fall überfahren werden darf. Machst du das in der Prüfung, ist die Prüfung vorbei. Nach rechts. Nach links, sobald die Ampel dafür grün zeigt. Geradeaus. Okay, also nur gerade und rechts. Es nähert sich ein Fahrzeug mit blauem Blinklicht und Einsatzhorn. Wie verhalten sie sich? Wenn nötig, vorsichtig auf den Gehweg ausweichen. Genau, also wir machen dem halt Platz, damit er durchkommt. Immer scharf bremsen und sofort stehen bleiben. Und da kannst du gleich den nächsten Auffahrunfall provozieren. Dem Fahrzeug Platz machen. Ja, also je nachdem, ja. Immer situationsbedingt. Sie hören ein Einsatzhorn. Welche Fragen müssen sie sich in diesem Moment stellen? Woher kommt das Einsatzfahrzeug? Ja klar, vielleicht kommt es ja gar nicht von hinten und will an dir vorbei. Vielleicht kommt es ja irgendwo von links oder rechts und will gar nicht in deine Straße einfahren. Darf das Fahrzeug das Einsatzhorn überhaupt benutzen? Das interessiert uns nicht. Könnte das Einsatzfahrzeug durch mich behindert werden? Genau. Wovor kann gelbes Blinklicht auf einem Fahrzeug warnen? Vor einem Fahrzeug mit ungewöhnlicher Breite? Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, gelbes Blinklicht immer ein Gefahrenzeichen. Und dementsprechend... Vor einem langsam fahrenden Großraumtransport? Ja, auch richtig. Vor Gefahren an einer Arbeits- oder Unfallstelle? Das ist alles richtig. Also alles, was mit Gefahren zu tun hat. Welche Bedeutung kann das blaue Blinklicht allein ohne Einsatzhorn haben? Das hat genau die gleiche Bedeutung wie mit Einsatzhorn. Das Fahrzeug befindet sich auf einer Einsatzfahrt. Sie sollten ihm Platz machen. Genau. Ankündigung eines geschlossenen Verbandes. Das kann sogar auch sein. Ohne Einsatzhorn hat das blaue Blinklicht keine Bedeutung. Nein. Also es ist egal, ob... Du musst dir vorstellen... Ja, Einsatzhorn... Ja, stell dir mal vor, Banküberfall und der Bankräuber sagt, ja, keine Polizei sind, da schießen wir alle Geiseln. Da werden sie wahrscheinlich nicht mit dem Einsatzhorn kommen und schon von zwei Kilometern Entfernung aus auf sich aufmerksam machen. Zum Beispiel. An welchen Stellen ohne Vorfahrtregeln der Verkehrszeichen gilt die Regel rechts vor links? An Grundstücksausfahrten, an Straßenkreuzungen und Einmündungen, am Ende eines verkehrsberuhigten Bereiches. Also in dem, weil es nur die zweite Antwortmöglichkeit richtig ist, muss man bedenken, rechts vor links gilt ja immer, wenn keine Verkehrszeichen dastehen, keine Ampeln und kein Polizist. Da gibt es allerdings ein paar Ausnahmen und zwei Ausnahmen sind hier Grundstücksein- und Ausfahrten und am Ende eines verkehrsberuhigten Bereichs. Da wird es aber noch weitere Fragen dazu geben. Genau, jetzt sind wir ja schon bei den Vorfahrtfragen. An welchen Stellen ohne Vorfahrtregeln der Verkehrszeichen gilt die Regel rechts vor links? Achtung, hier könnte zum Beispiel auch ein Nicht dahinter stehen. An Straßenkreuzungen und Einmündungen. Genau, das ist richtig, ja, ganz normale Kreuzung oder Einmündung. An Einmündungen mit abgesenktem Bordstein. Wo Feld- oder Waldwege in eine andere Straße münden? Und das sind zwei weitere Antwortmöglichkeiten, die falsch sind, beziehungsweise die, die zu den Ausnahmen hier zählen. Okay, also Grundstückseinfahrten am Ende eines verkehrsberuhigten Bereichs. Jetzt ist meine Antwort weg. Am Borschtabsenkungen und an Feld- und Waldwegen. Also das sind vier Ausnahmen. Dann gibt es noch eine Ausnahme und zwar, wenn du es an der Fußgängerzone rausfährst. Sie kommen an eine Kreuzung, an der Sie die Vorfahrtlage nicht gleich überblicken. Wie verhalten Sie sich? Als Geradeausfahrer immer durchfahren. Nach der Regel rechts vor links fahren. Warten, beobachten und sich gegebenenfalls mit anderen verständigen. Ja klar, also wenn du die Situation nicht überblickt hast, dann dementsprechend sehr passiv. Welches Verhalten ist richtig? Ja, Kreuzung, keine Verkehrszeichen, also sprich rechts vor links. Der Motorradfahrer darf vor uns und der Radfahrer darf natürlich auch vor uns, da wir ja auch Abbieger sind. Ich muss den Motorradfahrer durchfahren lassen. Ich muss den Radfahrer durchfahren lassen. Ja. Ich darf vor dem Radfahrer abbiegen. Nein. Welches Verhalten ist richtig? Keine Verkehrszeichen, in dem Fall stehen wir rechts. Okay, wir stehen rechts vor dem Lkw und dementsprechend dürfen wir als erstes fahren. Ich muss den roten Lkw abbiegen lassen. Ich muss den Radfahrer abbiegen lassen. Nein. Ich darf als erster die Kreuzung überqueren. Wir dürfen als erster. Welches Verhalten ist richtig? Wir haben ein Vorfahrtgewähren, dementsprechend hat der Querverkehr Vorfahrt, wir müssen warten. Ich muss den Traktor abbiegen lassen. Ja. Der blaue Lkw muss mich durchfahren lassen. Nein. Ich muss den blauen Lkw durchfahren lassen. Genau. Weil wir ein Vorfahrtgewähren haben, dürfen wir einfach alle anderen zuerst fahren. Welches Verhalten ist richtig? Diesmal haben wir eine Einzelvorfahrt, gibt uns Vorfahrt an dieser Kreuzung. Da wir aber links abbiegen wollen, müssen wir den Motorradfahrer durchfahren lassen. Okay. Weil wir abbiegen wollen. Ich muss den Bus durchfahren lassen. Nein, der Bus muss warten. Ich fahre vor dem Bus. Wir fahren vor dem Bus. Ich muss das Motorrad durchfahren lassen. Und wir lassen das Motorrad als erstes fahren. Welches Verhalten ist richtig? Wir haben wieder eine Vorfahrtgewähren. Demnach darf das Motorrad natürlich als erstes fahren. Und jetzt möchte der Bus abbiegen und wir wollen geradeaus fahren. Das heißt, wir dürfen vor dem Bus fahren, aber das Motorrad darf vor uns. Ich muss das Motorrad durchfahren lassen. Genau. Ich fahre vor dem Bus. Ja. Ich muss den Bus durchfahren lassen. Nein, wie gesagt, weil er abbiegen möchte. Er setzt den Blinker. Also muss er uns als erstes durchfahren lassen. Welches Verhalten ist richtig? Okay, wir sind auf einer Vorfahrtstraße. Das sehen wir hier rechts oben. Und die Vorfahrtstraße macht hier so einen kleinen Schlenker nach rechts. Das sieht man auch hier dran, da wir hier auch ein Vorfahrtgewähren haben. Und links in der Einmündung ein Vorfahrtgewähren. So, da wir abbiegen möchten und der Motorradfahrer, beziehungsweise noch einfacher. Also wir sind auf der Vorfahrtstraße, also haben wir Vorfahrt. Das heißt, das gelbe Fahrzeug links neben uns muss warten. So, also interessiert uns das gelbe schon mal überhaupt nicht. Allerdings möchte der Motorradfahrer von ihm aus gesehen rechts abbiegen und wir wollen links abbiegen. Und durch das links abbiegen müssen wir den Motorradfahrer durchfahren lassen. Also der, der links abbiegt, ist immer der Letzte, der fährt von den beiden. Ich darf erst nach dem Motorrad abbiegen. Ja. Ich darf vor dem gelben Pkw abbiegen. Ja. Ich darf als erster abbiegen. Nein, also wie gesagt, Motorrad zuerst, weil er rechts abbiegt und wir biegen von uns aus gesehen links ab. Und der, der links abbiegt, muss warten. Wer muss warten? Ja, haben wir gerade gehabt, das ist ein Feldweg, dementsprechend muss der blaue warten, wir dürfen fahren. Der Pkw, der aus dem Feldweg kommt. Ja. Welches Verhalten ist richtig? Naja, keine Verkehrszeichen, rechts vor links, der Motorradfahrer darf natürlich zuerst fahren. Ich muss warten. Ja. Wie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen? Dieses Verkehrszeichen warnt dich vor einer gefährlichen Kreuzung mit Vorfahrt von rechts, dementsprechend... Nur den von rechts kommenden Verkehr beobachten. Geschwindigkeit vermindern. Bremsbereit sein. Also Geschwindigkeit vermindern, klar, ist ja rechts vor links und bremsbereit ist sowieso eine gute Idee bei rechts vor links. Nur den Verkehr von rechts beobachten, diese Antwortmöglichkeit ist soweit ich weiß falsch, da der von rechts aber allerdings Vorfahrt hat. Aber ich glaube, das war eine blöde Frage, die habe ich mir auch markiert und ich glaube, die war... Jaja, genau. Also, ist zwar rechts vor links, aber nicht nur von rechts beobachten, sondern den ganzen Verkehr. Was müssen Sie bei diesem Verkehrszeichen berücksichtigen? Bei längerer Betätigung der Bremse kann die Bremswirkung nachlassen. Jetzt müssen wir erstmal klären, ob es überhaupt bergauf oder bergab geht. Und da liest du das Verkehrszeichen einfach von links nach rechts und dementsprechend geht es bergab. Das gleiche kommt bestimmt nochmal als nächste Frage dann bergauf. Also, bei längerer Betätigung kann die Bremswirkung nachlassen, das ist richtig. Der Bremsweg ist im Gefälle länger als in der Ebene. Das stimmt auch, weil die Masse mehr drückt. Die Bremswirkung wird besser, wenn kein Getriebegang eingelegt ist. Im Gegenteil. Also, wenn ein Gang eingelegt ist, dann hast du ja zusätzlich noch die Motorbremse. Okay, und wenn der Gang nicht eingelegt ist, dann muss die normale Bremse natürlich noch wesentlich mehr Energie aufwenden. Bei zwei Fahrstreifen für eine Richtung das Reißverschlussverfahren anwenden, dem Gegenverkehr Vorrang einräumen. Wenn sie bei zwei Fahrstreifen für eine Richtung auf dem linken fahren, haben sie absoluten Vorrang. Okay, also aufpassen. Wenn du eine normale Straße hast, also eine Richtung, ja, jeweils ein Fahrstreifen in eine Richtung. Dem Gegenverkehr Vorrang einräumen. Also du musst bedenken, dein Fahrstreifen wird enger und der vom Gegenverkehr bleibt so. Dann musst du natürlich den Gegenverkehr zuerst fahren lassen. So, bei der ersten Antwortmöglichkeit ist gemeint, Bei zwei Fahrstreifen für eine Richtung das Reißverschlussverfahren anwenden. Du hast zwei Fahrstreifen für jede Richtung. Also, du darfst in eine Richtung fahren, der neben dir darf in die gleiche Richtung fahren. Und im Gegenverkehr sind nochmal zwei Fahrstreifen. Und in dem Fall wird der rechte Fahrstreifen von deinem enger. Und dann gilt das Reißverschlussverfahren. Das heißt, einer links, einer rechts, einer links, einer rechts. Okay, dass der von dem ganz rechten Fahrstreifen auf den etwas weiter linken sich einfädeln kann. Da musst du ganz genau aufpassen. Sie sehen dieses Verkehrszeichen. Womit müssen Sie rechnen? Das warnt dich vor Gegenverkehr. Also die dreieckigen roten mit der Spitze nach oben sind Gefahrenzeichen und die warnen dich immer vor etwas. In dem Fall... Mit Vorrang des Gegenverkehrs. Nein, nicht mit Vorrang. Das hat nichts damit zu tun. Das Verkehrszeichen schaut anders aus. Das ist nämlich rot und rund. Mit Blendung durch den Gegenverkehr bei Nacht. Ja, also es warnt dich... Mit Gegenverkehr. Vor Gegenverkehr. Und dementsprechend kann es natürlich auch vor Blendung bei Nacht... Ja, okay. Also es warnt dich einfach vor Gegenverkehr. Ja, und wenn das schon steht, durch Blendung des Gegenverkehrs bei Nacht, das nimmst du dann auch mit. Welches Verhalten verlangt dieses Verkehrszeichen von Ihnen? Höchste Aufmerksamkeit. Bremsbereitschaft. Geschwindigkeit vermindern. Alles richtig. Dieses Verkehrszeichen steht meistens in der Nähe von Schulen, Spielplätzen, Kindergärten. Also überall, wo mit Kindern zu rechnen ist. Das ist ja auch wieder ein Gefahrenzeichen. Sie fahren außerorts an diesem Verkehrszeichen vorbei. In welcher Entfernung ist die Gefahrstelle zu erwarten? Das sind... Ja, das musst du dir merken. In dem Fall ist es nicht die längste Antwort, die mit den höchsten Zahlen, sondern 150 bis 250 Meter. Die ist richtig. Worauf müssen Sie sich bei diesen Verkehrszeichen einstellen? Darauf, dass auf der Fahrbahn Schnee oder Eisglätte herrscht. Ja, auf jeden Fall. Darauf, dass Wintersport nur auf den Gehwegen stattfindet. Darauf, dass auf der Fahrbahn Wintersport betrieben wird. Also es kann sein, dass die mit ihren Skier und Snowboard und so weiter die Straße kreuzen zum Beispiel. Und dementsprechend ist natürlich mit Schnee und Eisglätte zu rechnen. Und dass da einer vor dir über die Straße fährt, klar. Wie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen? Also ein Gefahrenzeichen. Es geht erst nach rechts und dann nach links. Das Ganze gibt es auch umgekehrt. Oder nur nach rechts und nur nach links. Und dementsprechend... Geschwindigkeit vermindern. Passt du in die Geschwindigkeit an? Gleich nach der Rechtskurve kräftig beschleunigen. Nein. Möglichst weit rechts fahren. Ja, natürlich. Das ist gut, weil der Gegenverkehr eventuell die Kurve schneiden könnte. Das bedeutet, dass der Gegenverkehr einen Teil deiner Fahrspur einnimmt. Und wenn du möglichst weit rechts fährst, dann ist das natürlich besser für uns. So, jetzt haben wir das andere Verkehrszeichen. In dem Fall geht es 10% bergab. Okay, das Verkehrszeichen liest du von links nach rechts. Das geht bergab. Und wir haben ein Zusatzzeichen. Und das musst du dir merken. Es gibt es einmal mit Pfeile und einmal ohne Pfeile. Und da gibt es einen wesentlichen Unterschied. Ich bin mal gespannt, ob die Antworten... Ja, genau. Und die gibt es auch. Sehr gut. Schauen wir uns mal die Frage und die Antworten an. Was kommt nach diesem Verkehrszeichen? Ein Gefälle von 800 Meter Länge. Eine Steigung in 800 Meter Entfernung. Ein Gefälle in 800 Meter Entfernung. So, also wir haben ja schon gesagt, es ist ein Gefälle. Es geht bergab. Dementsprechend kann ja nur die erste oder die letzte Antwort richtig sein. Die Frage ist jetzt, ob das Gefälle 800 Meter lang ist oder in 800 Metern erst kommt. Und jetzt pass auf. Du hast rechts und links zwei Pfeile. Das bedeutet, dass das Gefälle von hier an 800 Meter lang ist. Das gleiche Verkehrszeichen gibt es, wie gesagt, auch ohne Pfeile. Dann bedeutet es, dass die Gefahrenstelle, also das Gefälle, in 800 Metern kommt. Aber in dem Fall mit Pfeile von hier an auf eine Länge von 800 Metern. Wie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen? Gut, hier geht es ja wieder bergauf. Nötigenfalls herunterschalten. Das ist richtig. Bedenke, ein Auto verhält sich ungefähr wie ein Fahrrad. Wenn du mit dem Fahrrad an eine starke Steigung kommst, dann schaltest du auch ein paar Gänge herunter, damit du leichter den Berg herauf kommst. Heraufschalten, um die Geschwindigkeit beizubehalten. Okay, das ist falsch. Denn, ja, wie das Beispiel mit dem Fahrrad, wenn du an der Steigung heraufschaltest, dann wird es ja immer schwerer und irgendwann kannst du nicht mehr und musst wahrscheinlich sogar absteigen. Und das würde beim Fahrzeug dann dazu führen, beim Auto dazu führen, dass der Motor abstirbt. Bremsen, damit in diesem Gefälle die Geschwindigkeit nicht zu hoch wird. Okay, ein Gefälle ist es nicht. Das ist eine Steigung. Links nach rechts geht bergauf. Wieder ein Gefahrenzeichen und es bahnt dich einfach vor einer unebenen Fahrbahn. Kann zum Beispiel in Alleen stehen, also da, wo die Wurzeln der Bäume sich unter die Fahrbahn gebohrt haben. Geschwindigkeit verringern. Ja. Geschwindigkeit erhöhen. Nein. Durch schnelle Lenkbewegungen den Unebenheiten ausweichen. Ja, ja. Nee, also nur Geschwindigkeit verringern, das ist immer eine gute Antwort. Du musst bedenken, wenn du da ganz schnell drüber fährst, dann kann der Reifen den Kontakt zur Fahrbahn verlieren und das wäre natürlich extrem schlecht. Welche Gefahren können sich durch Nichtbeachten dieses Verkehrszeichens ergeben? Die Ladung könnte beschädigt werden. Ja, klar, wenn du da so schnell drüber fährst. Das Fahrzeug könnte schleudern und den Gegenverkehr gefährden. Genau, also wie gesagt, wenn der Reifen den Kontakt zur Fahrbahn verliert, dann kann das passieren. Das Fahrzeug könnte einen Achs- oder Federbruch erleiden. Das ist auch richtig. Ja, also wie gesagt, wenn du zu schnell über unebene Fahrbahn fährst, dann ist das Ganze nie gut. Okay, wir haben 36 Fragen für heute wieder durch. Dann sehen wir uns im nächsten Video mit den nächsten 36 Fragen. Bis dann. Das war's. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.